Hilfe! Hilfe! Hallo! Hallo, der Kämpfer ist mit mir! Schau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren... Ach, was erzähl ich hier eigentlich? Es ist immer das gleiche. Ich muss nicht anmoderieren, was hier passiert. Ihr schaut euch immer exakt das gleiche Video auf meinem Kanal mit dem gleichen unbeliebten Gast an. Solid. Und es ist heute wieder mal kein geringerer als... Perfekt, Leute. Meine Laune ist wieder am Boden, um meine Laune ein bisschen zu heben und sich wirklich jemanden anzuschauen, den ich auch nicht leiden kann, der aber wenigstens im Gegensatz zu Lukas sehr, sehr unterhaltsam ist. Schauen Sie uns heute, wie immer eigentlich Trimax Fails an. Es ist einfach so, dass dieser Kerl am laufenden Band... ...produziert. In jedem Game, das er spielt, ist er wirklich absolut beschissen. Lukas, ich rede auch gerade gar nicht mit dir, Leute. Es ist Zeit für eine neue Runde Trimax Fails. Diesmal ganz, ganz viel von Valorant. Und ich würde sagen, wir fangen... Warum bin ich hier eigentlich dabei? Kannst du das verantworten? Ich habe einfach keinen anderen, der ständig Zeit hat. Ich weiß es auch nicht. Leute, ich würde sagen, wir fangen an. Lukas nicht lachen. Wer lacht, muss seine Fußnägel essen. Drei, zwei, eins, los. Wir zocken heute wieder Valorant. Valorant, oder? Ja, weiter. Ich bin tot. Ja, das ging wieder schnell, Max. Ich habe es nicht geschafft. Ja, gut. Das war es auch mit dem Intro. Ja, gut. Perfekt. Oh, arg, Digga. Arg, arg. Ganz schrecklich. Ich war dabei. Ich war dabei, als es passierte. Oh Gott, ich habe mich verklickt. Oh mein Gott. Was? Ich habe das nicht richtig getan. Ja, toll. Junge. Lukas. Ja, toll. Ja, ja. Ich habe mich verklickt. Ja, toll. Das ist wirklich wieder, das ist wieder einfach so typisch. Wie kann man sich davon, ey, Junge. Das ist einfach, das ist nicht mal mir passiert, Digga. Der hat uns einfach ständig zurückgeworfen, hat aber dann immer gesagt. Das ist schon krass, was mein Progress ich mache. Max, du hast nichts zur Gemeinschaft beigetragen. Jetzt ist es raus. Komm, Romatra. Romatra stellt sich wieder an. Komm, wir müssen alle Schafe hier schlachten, damit wir genug Essen haben. Oh, das war es. Ja, war gut, ne? Da hat er sich gefühlt. Finde ich auch gut, dass du es gesehen hast. Er blickt. Das ist ein Block, Ding. Auch die Prison ist echt gut. Oh Gott, was? Oh, Sound, Digga. Ehrenspiel. Was ist das? Noooool. Der hat eine Lampe kaputtgeschoben. Der hat eine Wild und das hatte genau die... Alter. Max, bitte. Max, es ist eine Lampe. Nein, Siri. Ähm, Abbruch. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe nicht mehr gemacht, aber ich habe auch tausend Siri das gemacht. Ich dachte einfach kurz hochswipen, damit es weggeht. Ähm... Ey, warum? Behände dich. Das Ding ist, der Kerl hat überhaupt keine Ahnung von Technik, nichts. Seit letztem haben wir ein Stadia-Placement aufgenommen und der Dude hat wirklich vier Leute vor Ort gehabt, die ihm das einrichten. Digga, was? What? Arck. Äh... Da ist er wieder tot. Ich bin am Boden. Huch. Geil. Ich denke, wir sind hier sicher. Der hat mein Hammer-Gesicht gefressen. Geil. Regis 4? Oh, jetzt hier, Fortnite, ganz stark. Ganz stark. Ach, der redet nur Englisch, ne? Ja, ja. Der spricht nur Englisch. Max, der spricht nur Englisch. Das Ding ist, Max rafft es aber selber glaube ich nicht, dass der nicht Deutsch spricht. Ich glaube, Max braucht das auch ein bisschen, bis das ankommt, Alter. Kannst du mich hören? Äh, okay. Warum redest du so komisch? Oh nein, warum geht das aus? Warum redest du so komisch? Hallo, Trimax. Geil. Das versteht Max wieder nicht, das versteht er wieder nicht. Abgelehnt. Abgelehnt. Nicht mein Humor. Oh! Hilfe! Hilfe! Hallo! Hallo, der kämpft mit mir, die sind zu dritt! Hilfe! Alarm! 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 Wie so ein Rentner, der nicht über die Straße... Ah! Ich hab meinen Rett so umgeschüttet! Wie so ein Rentner, der nicht über die Straße kommt, Alter. Hilfe! 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 Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Hilfe! Komplett raus! Oh! Jetzt mal grad auf Real Talk. Ist das von dem eine natürliche Reaktion oder macht er das extra, Digga? Der ist... Der ist... Man denkt immer, der spielt das. Alle Leute fragen mich, ist Trimax wirklich so dumm? Und ich habe mit Trimax mehrfach schon Zeit verbracht und ich kann nur sagen, ja! Trimax, der Typ, der sich bei Subway einfach ein Brot mit ganz viel Fleisch bestellt. So ein Mensch ist Trimax! Der ist kein Charakter! Der ist so! Der ist einfach so! Das tut mir unglaublich leid! Der ist auch geil! Der spielt die Gitarre! Der spielt die Gitarre! Der spielt die Gitarre! Junge, das hast du in 40 Stunden Gitarre spielen gelernt! Chef Strobel ist so schlecht! Test Test, bin ich muted? Hallo, Umatra? Ja, ist schon stark! Also eigentlich müsste man... Wie kann ich was spawnen lassen, Mann? Der Checker... Ihr müsst nur... Commands mir schreiben, dass ich es eingeben kann! Ich kenne diese nicht! Ich möchte einen Drachen spawnen lassen! Es gibt dafür so ein Ei! Boah, da muss man ja komplett einen Nenner finden! Joa, let's go! Der ist nicht mal beim Drachen gestorben, sondern Romatra hat ihn im Game Mode auch noch getötet! Und jetzt denkt er, er ist zum Drachen gestorben, pass auf! Guck mal, er überlegt wieder, was passiert! Guck mal, wer bleibt denn nur die Lava! Und es ist mit der... Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal, was macht der da? Äh... Guck mal... Guck mal... Okay... Max? Felix? Ich war im Stream, Alter! Oh, Junge, schau dir an, wie glücklich er ist Und dafür machen wir dieses Format Perfekt, per-fekt Genau für diese Reaktion Die Leute denken, man hört sie nicht mehr Es war geil, dich mal mit dir zu zocken Dich mal zu treffen, ja? Dann wünsch ich dir noch einen geilen Abend, okay? Ja, geil Geil ist nicht das richtige Wort, wenn man mit Kindern spielt, oder? Ja, ich will das auch beim Leveln einfach Danke, hau rein Ciao Tschö Oh, er wartet Ist aber ein geiles Format, muss man ihm lassen Lecker Wir haben doch nichts gesehen von der Season, was ist los? Meine Nase, Digga, meine sch*** Nase Was ist denn krank sein für eine Wer hat sich das denn ausgedacht? Max, das ist eine Krankheit, also Ja, perfekt Falscher Max Ich versuch was Ist der dumm, oder was? Wieso kann er denn die Waffe in die Hand nehmen? Max, was Was war deine Idee dahinter? Was war deine Idee dahinter, Junge? Alle drei Tage gibt es eine neue Folge von Trimax-Fails Das ist ein unendliches Format WTF, das muss doch gehen Hä, der hätte auch sein Ding aufmachen können Ja, ja, ach, er rafft es nicht Ich bin nervös Mann, bei mir Ich bin nervös Ich zeig's euch einfach Also, ihr müsst euch erstmal schon mal freuen Oh mein Gott, ist das Oh, ein Clip von ihm, Digga Alter, nein, 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 nein Sehr schön, Max, sehr schön Wovon erinnert? Der hat sich einfach wie so eine Boje ins Wasser gelegt und sein Körper verleitet und auftrieb Ganz, ganz wild Lass mich das nochmal gucken, bitte Geh, spiel mal zurück Da ist es Sehr schön, Max Na, guck Der wird da so drüber gezogen Ey So geil Oh, Digga Ey Sehr schön, Max Sehr schön, Max Ich hab die Rampe nicht gesehen Ich konnte nicht lenken Wie kann man die nicht sehen? Ich hab die nicht gesehen Alter Könntet ihr vielleicht mehr ARC spielen? Mehr ARC spielen ARC ist, ähm Finde ich sehr geil Ist aber so zeitintensiv Wenn man das jetzt mal hat Finde ich's cool Wenn man so auf Mission geht Aber irgendwie so eine Vorbereitung von der Mission Sind immer so zwei Stunden Also ich feier das Game sehr Ich find's auch so komplex ist Aber wenn ich da jetzt weitermachen müsste Dann müsste ich da jedes Mal irgendwie zweieinhalb Stunden lang Sachen zusammenfassen Und organisieren Kurze, knappe Antwort, ne? Bis man dann weiterkommt Und dann stirbt man was Dann ist der Dino weg Und dann musst du erstmal wieder vier Stunden zählen Max, Max Der hat einfach nur gefragt Ich feier das Game sehr Aber es ist zu zeitig Ob wir mehr ARC spielen können Aber du farmst doch gerade in Minecraft auch nur seit Stunden Diamanten auf Oh, und hops, Junge, und hops Ja, richtig, aber das ist was anderes Das ist was anderes Okay Oh, jetzt, Troll Max Alter, perfekter Trank Perfekter Prank, Max, wirklich Max ist also wie Prank-Gott Prank-Gott Max, schrei mal richtig an im Olsch Mach mal an und schrei einfach irgendwas So richtig Psychopathen-mäßig ist Ich bin aber kein Psychopath Jetzt schrei, schrei die an You suck, Lava Was? Baklava Du wirst einfach in der Beta gebannt Du wirst einfach in der Beta Du wirst einfach in der Beta Du wirst in der Beta gebannt Stark Oh, Junge Alter Ich war komplett blind Stark Das war stark, Max Romatra vielleicht Oh, 3 zu 6 Stark, Max Stark Alter, danke Er hat selber nicht hinbekommen Salz? Hier ist Salz erscheint Hier ist Salz erscheint Hier ist Salz erscheint Wieso ein zurückgebliebener Hier ist Salz erscheint Was ist das, Max? Alles Ne, alles außer A Ich hab C, Dinger, C Ich hab's richtig Digga, ich war gut Was? Ja, ja Das macht der immer Der ist immer schlecht Und sagt immer Er ist gut Immer Alter, nice gespielt, Max Das ist ne Tötung Das ist ne Tötung Kannst du bleiben? Was ist das für ne Allmann-S*** Ich hab nen Kill, sag ich Ich hab ne Tötung Sehr schön Wow, wow, Deckung Ich versuch die hinten gegen die Wand zu werfen Durchzuwerfen Weißt du, dass die Abschreie Leute Wow, 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 Deckung Ich schweige da Ich meld mich ab für morgen Ich meld mich Leute Das war wieder eine ganz starke Nummer von TriMax Wir sind wieder mal raus, Leute Das war's an der Stelle Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben Da schaut gerne bei TriMax vorbei Und, ähm, ja Danke dafür, Digga Schaut auch gerne bei mir vorbei Hats rein Tschüss, auf Wiedersehen Bye